Julia Laubach Julia Nein, nein Aber Julia Ist etwa deins? Willst du ihn auch verteidigen, wenn du genau weißt, dass er es war? Das kommt auf die Umstände an. Auch wenn jemand eindeutig schuldig ist, hat er das Recht auf eine Verteidigung. Oh mein Gott, wo hast du denn das her? Der erste Fall, den du mann hast. Bekennen Sie sich schuldig, ein Vergehen nach Paragraph 88 Absatz 4 der Strafprozessordnung begangen zu haben? Ich trottel auch den Alarm ausgelöst. Und was kann man da tun? Wie geht's heute los? Ist ja bei mir im Auge. Was ist das? 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 Das geht schon. Das ist halt eine zugige Hütte, wenn man so sagt. Erblast rein. Ich dachte, dass es dich nicht erblast. Das ist ein komplizierter Fall. Das ist ein komplizierter Fall. nach wie in den Zeitung von你 wurde erled conteniert. Ich denke, das ist gut einer Versifique aus.